Und dann Moinzen zum Vorbericht zum dritten Spiel innerhalb von einer Woche, Freitagabend, es geht auswärts nach Leipzig, Hoffenheim 2-2 VfB. Ich versuche mich hier kurz zu halten, weil ich ja schon einiges, einiges gesagt habe in meinem 9-Minuten-Fazit am Ende vom Stadionvlog. Gerne das Ding nochmal abchecken, falls ihr es nicht getan habt, allein wegen der Stimmung so, 90 plus 4 mal ausgeblendet, aber allein wegen der Stimmung so, ist ein absolutes Pflichtvideo, finde ich. Witzigerweise hat irgendwie die Zusammenfassung, die jetzt von Mittwochnacht auf heute kam, die ich heute Morgen angeschaut habe, irgendwie so ein bisschen fast eine therapeutische Wirkung gehabt bei mir, weil es einfach immer noch so ein Bruch ist, am Dienstag so ein Bruch war. Aber ja, das Feeling kam danach irgendwie ein bisschen besser rein, nach dem Motto, jo, erste Halbzeit war, naja, war von beiden Seiten, naja, kannst du mit 1-1 gut leben, war ja auch in der 45. und Nachspielzeit. Zweite, wie schon gegen Mainz, war die bessere Halbzeit von uns, schönes Tor auch schon rausgespielt, dann die unglückliche gelb-rote Karte von Armada, die natürlich nochmal Stress reingebracht hat in das Spiel. Eine Riesenparade von Müller war auch dabei, ich habe zum Beispiel im Fazit vergessen zu erwähnen, Riesenparade von Müller. Und dann, das ist das, was vor allem, ich sag mal, gut auf mich gewirkt hat in dieser Zusammenfassung, weil ich es einfach sonst nie gesehen habe, das Tor außer halt live im Stadion da, es ist halt einfach eine kranke Einzelaktion. Das ist halt einfach eine krasse Einzelaktion von Grammaritsch, ein Sonntagsschuss, klar, du kannst vielleicht ein bisschen mehr verteidigen, näher dran sein, ja, aber ohne Witz. Also in neun von zehn Spielen geht so ein Ding nicht rein, fliegt dann irgendwie am Winkel vorbei um einen halben Meter, um einen Meter oder landet sonst wo im Heimblock irgendwo. Das war einfach ein Sonntagsschuss so und weil wir halt der VfB sind, zum Beispiel dieses eine Spiel von zehn, wo das Ding halt reinfliegt, da machst du einfach nichts. Und das hat irgendwie so eine gute Wirkung auf mich gehabt von wegen, ja, was willst du denn machen, ist einfach ein Traumtor gewesen. Neun von zehn Spielen gewinnst du so am Ende noch, na, geht aber hier halt einfach in den Winkel. In, ja, ab den 90 Minuten geht das auch faktisch, statistisch, wie auch immer, Kicker nennt hier 4 zu 4 Chancen, geht das in Ordnung. Sportlich, aber im Stadion, ja, mit der Stimmung, mit dem Gefühl und allem, auch ein gutes Gefühl, dass wir das trotzdem über die Runden kriegen, trotz der roten Karte, ist das immer noch kein Unschieden für mich so, aber, na, meine Sage steht es halt drauf. Ist halt so, andererseits ist es gut natürlich, dass der Rest verloren hat, ist ja klar. Torverhältnis haben sich auch ordentlich ein paar Mannschaften reingehauen, Schalke ordentlich draufbekommen, Hertha ordentlich draufbekommen, Bochum auch zumindest verloren. Andererseits halt, umso mehr schade, weil hier waren halt drei statt nur einen Punkt drin, das wäre ein größerer Schritt gewesen, den zum Beispiel Augsburg gemacht hat mit dem Sieg gegen Gladbach. Regelwerk, auch hier versucht mich kurz zu halten, aber es gibt eben zwei Szenen, die anzusprechen sind. Erste gelbe Karte, Ahamada, gab es aufgrund von meckern, aber für mich halt meckern, klar, meckern ist immer dumm so, aber vom Prinzip her ein meckern, das halt zurecht ist. Er bekommt im 16. bekommt einen Ellenbogen ins Gesicht, hat man auch schon mal als Elfmeter gepfiffen, kann man auch da regelwerkmäßig so auslegen. Gab kein VR, gab gar nichts, sondern eben eine gelbe Karte für meckern so. Das Glück in Anführungszeichen haben wir da eben bei Schiedsrichtern einfach nicht. Die zweite gelbe Karte dann, die ihr fürs Fallen im Fanblock bekommt, ist für mich generell der Wahnsinn, dass sowas irgendwie groß eine Karte gibt. Ist ja klar, irgendwie auch Trikot aussehen für mich genauso affig, dass es da eine Karte für gibt. Regelwerk ist hier im Wortlaut, wer einen Zaun erklimmt oder sich den Zuschauern auf eine Weise nähert, die zu einem Sicherheitsproblem führt, der muss verwarnt werden. Und was da tatsächlich passiert ist, er läuft halt ein paar Treppen hoch und umarmt dann halt die erste Reihe. Keine Ahnung, drei, vier VfB-Fans. Auch da, klar, wieder Auslegungssache und logisch aus der VfB-Brille raus, aber ich sehe da halt wirklich kein Sicherheitsproblem so. Also überhaupt nicht. So gesehen hätte er auch zum Beispiel in Silas gegen Bochum, als er da wunderschön, sympathisch und alles mit den Rollstuhlfahrern abgeklatscht hat, ist ja auch irgendwo hochgelaufen, hat mit denen abgeklatscht, hätte er so gesehen nach dem Regelwerk da auch gelb sehen müssen. Hat er natürlich nicht. Kann es da natürlich auch nicht bringen, so aus Sympathiegründen wahrscheinlich, aber da ist auch wieder einfach Auslegungssache dann. Einfach Auslegungssache, willentliche Auslegung vom Schiedsrichter, die wir gesehen haben. Generell, auch hier gleiches Thema, innerhalb von fünf Minuten fliegst du wegen Meckern und wegen Jubeln im Fanblock runter. Fliegst du vom Platz? So. Allein das zu geben, generell jemandem innerhalb von fünf Minuten gelb und gelb-rot zu geben, ist hart. Aber das ist halt wirklich für mich null Fingerspitzengefühl, gar keins. Klar, auch da Regel, Regel ist Regel und klingt vielleicht doof, aber der hat gelb gesehen, gelb-rot gesehen und hat dabei nicht einen Gegenspieler berührt in den gesamten Szenen gefühlt. Im ersten wird er gefault bekommen, einen Ellenbogen ins Gesicht und im anderen jubelt er, lässt seine Emotionen freien Laufen, jubelt mit den Fans, ohne dass irgendwas groß passiert bei dem Jubel. Null Sicherheitsrisiko und der fliegt halt trotzdem mit gelb-rot. Also die werde ich weiterhin nicht ganz nachvollziehen können, diese gelb-rote Karte. Fans. Und da reicht eigentlich der Tweet von Cero Girasi. Fans sind Weltklassen mit drei Flammen-Emojis. Und man muss nochmal sagen, ist ein kurzer Punkt, man muss nochmal sagen, wir haben das gesamte Kalenderjahr 2022 keinen Auswärtssieg geholt. Und dann nimmst du halt trotzdem an einem Dienstagabend Auswärts in Hoffenheimers Stadion komplett ein. Ich habe auf Zahlen gewartet, sie sind endlich da gewesen. 7.000, schreibt die falsche Neuen. 7.000 Auswärtsfans. Letztes Jahr waren es 5.000, wie gesagt, bei glaube ich 18.000 insgesamt. Gab es ja auch noch Einschränkungen, ne? Dieses Jahr waren es 7.000 Auswärtsfans bei 23.000 Fans insgesamt. Unfassbare Stimmung und unfassbare Fans. 1. Gilavogui, er bekommt aber diesmal nur einen kurzen Part, weil zu ihm wurde ja schon alles gesagt eigentlich. Neu ist halt da, dass Kovac auf der Pressekonferenz klar gemacht hat, dass er bleibt, dass er will, dass er bleibt. Und das dürfte wohl, das ist die zweite neue Info, das dürfte wohl auch gut so sein, würde ich sagen. Denn er hätte laut der WAZ auf wenig bis quasi kein Gehalt verzichten müssen. Aber die Rede immer noch von 3,5 Millionen im Jahr Gehalt. Und das wäre viel zu viel gewesen. Also gut, wenn das nicht zustande kommt, finde ich. Milosevic, denn einer, der sicher kommt. Wenn auch später ist, wie lange berichtet wurde, Milosevic. Jovan Milosevic kommt im Sommer 2023 zum VfB Stuttgart. Wie gesagt, schon länger klar. Bezahlen wohl 1,2 Millionen Ablöse für das serbische Sturmtalent. 17 Jahre alt, wenn er kommt, dann eben 18. Ist ja auch so das Ding. Deswegen kommt er wahrscheinlich auch erst, oder nicht nur wahrscheinlich, deswegen kommt er erst im Sommer. Weil er sonst nicht hätte spielen können im Jugendbereich. Und nicht die U-Bürger hier, dies, das, die Geschichten. Er war wohl auch beim Legendo-Spiel 2-1 gegen Köln. War er wohl auch schon im Stadion auf der Tribüne. Das hat ihn wohl auch nochmal sehr beeindruckt. Wie hieß es, auch schon vor einer Weile. Haben da scheinbar Atletico Madrid, RB Salzburg und Mifika Lissabon ausgestochen. Auch große Klubs. Auch mit Salzburg und Mifika vor allem. Vor allem Klubs, die eben auch mit guten Talenten bekannt sind. Wurde bei der US-17 Europameisterschaft. Im letzten Jahr Torschützenkönig. Den haben wir auch schon alle zwölfmal gehört. Ich sage es trotzdem nochmal, weil arg zu viel mehr. Weiß ich zu dem Kollegen auch nicht. Er ist ein Top-Talent im Sturm und kriegt einen Vertrag bis 2027. Ahamada. Denn da gab es auch das Gerücht von Futh Mercado, das dann mitten im Vorbericht zum Hoffenheim-Spiel kam. Da habe ich auch noch kurz reingemacht, noch spontan. Demna soll Crystal Palace Ahamada holen wollen. Die Bild nannte dann auch mal Zahlen aus dem Artikel raus. Das ging dann nämlich um 10 Millionen Euro Ablöse. Es ist etwas Doppelte von seinem Marktwert. Dieses Jahr ist er absolut zum Stammspieler geworden. So hat Mangala wirklich gut ersetzt und macht das auch weiterhin. Klar, macht auch Fehler so, aber der gefällt mir. Der hat das Potenzial. Ein wildes Hoffenheim-Spiel erlebt, muss man natürlich auch sagen. Beide Tore schön vorgelegt. Beide Assists genommen. Schludrig vor dem 1-0 gewesen, vor der Führung von Hoffenheim. Gelb-Rot auch ganz klar. Da gebe ich ihm so eine Teilchance oder einen Teil schuld. Ich glaube, ich als Spieler hätte in dem Moment auch keine Ahnung gehabt, dass ich dafür gelb sehe. Klar, wird er jetzt natürlich wissen dann. Aber da auch hier laut Sky wird aus dem Wechsel nichts. Armada will wohl beim VfB bleiben und tut das wohl auch. Finde ich auch eine gute Entscheidung. Und ja, 10 Millionen wäre eine dicke Summe gewesen. Klar, aber wenn man sich gerade so die Schade anguckt. Oder hier Rüther, der für 28 Millionen sowas zu Leeds geht, nach England geht, hätte ich da eigentlich schon gerne noch ein paar München mehr rausgeholt. So ab 15 hätte man vielleicht reden können darüber, aber wird wohl eh kein Thema. Man muss natürlich auch nichts heißen. Das ist nur Quelle Sky. Das Transferfenster hat noch offen bis zum 31.01. Aber die schreiben, Armada will bleiben und tut das dann im Winter wohl auch. TBD. Einer, der sehr sicher noch im Winter wechseln wird, ist Alexis TBD. Aktuell in Alltag ausgeliehen und da läuft es auch wirklich ordentlich. Ist ja bei wenigen Leihgeschäften uns der Fall. Bisher bei ihm läuft es. 16 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage in Österreich. Und jetzt soll es wohl zurück nach Frankreich gehen für einen Wechsel zu Treues ins untere Tabell-Mittelfeld der League A. Für den Streikt erscheinbar auch, laut der Bild bei Alltag das Training. Klassiker. So ein bisschen das Thema bei ihm leider. Er ist talentiert, das ist ganz klar. Aber Disziplin war es echt ein Problem. Also es ist echt ein Problem. Letztes Jahr schon irgendwie so disziplinarisch ein Problem. Mal aus dem Kader gestrichen. Dann im Sommer ja auch nicht wirklich weitergearbeitet. Wurde ja ausgeliehen so. Matarazzo damals auch gesagt, er hat sich so ein bisschen seinen Platz im Kader verbockt. Klar, er ist nur 19 so. Er ist noch jung, aber muss natürlich trotzdem nicht sein. Und wenn er am Ende des Tages einfach dann unbedingt weg will, dann soll er halt wechseln so. Schade ums Potenzial, aber sowas brauchen wir glaube ich nicht im Kader. Haben sowieso im Sommer dann spätestens wieder so viele Offensivoptionen, was Talente angeht. Laut Sky bekommen wir wohl 2,5 Millionen plus 1 Million Bonuszahlungen. Alltag bekommt 600.000. Ich tippe mal von denen. Ich weiß nicht, ob die nochmal extra 600.000 bekommen. Keine Ahnung. Ich denke mal, es wird drin sein in der Ablöse, die wir bekommen. Und dann hat er eben seinen Wunsch. Es geht zurück nach Frankreich. Wettlesen, wenn man den so ausspricht. Keine Ahnung. Treues habe ich wahrscheinlich vorhin auch komplett reingekackt. Aber einer, den wir möglicherweise mit den TBD-Millionen eben holen könnten, ist einer, den Fabrizio Romano zuerst genannt hat. Tatsächlich glaube ich, dass wir Interesse an Hugo Wettlesen hätten von Bodo Klimt aus Norwegen. 22 Jahre alt. Ein bisschen ein offensiverer Typus vom zentralen Mittelfeldspieler. Talentiert auf jeden Fall. Ist auch noch jung. 400 Millionen Marktwert. Die spielen auch in der Europa League. Bodo Klimt oder Hamda gespielt. Und er ist norwegischer Nationalspieler. Lies sich alles nicht verkehrt. Im Jahr 2022 hat er 28 Scorer gesammelt. 16 Tore, 12 Assists in der Liga dort. Klingt auch sehr stark. Klar, norwegische Liga ist nicht Bundesliga-Niveau, aber trotzdem stark. Laut dem Kickerbericht würde auch die Ablöse nur bei rund 2 Millionen liegen. Und da muss man echt sagen, bei dem Alter, bei den Stats, bei dem Marktwert, muss man es eigentlich machen. Wenn die wirklich 2 Millionen wollen oder wir den für 2 Millionen kriegen können, muss man es eigentlich echt machen. Gerade eben mit den TBD-Millionen. Die können wir quasi 1 zu 1 einsetzen. Klar, das funktioniert wahrscheinlich so, nicht 1 zu 1. Das ist kein FIFA-Karrieremodus, aber theoretisch können wir die 1 zu 1 einsetzen. Das einzige Fragezeichen da ist eben, ob man das macht, wenn ein Armada bleibt. Ob das vielleicht daran gekoppelt war, dass man sich da nach Mittelfeldsspielern erkundet hat. Gibt es ja auch ein paar andere Gerüchtchen, die aber nicht wirklich wärmer wurden. Weil dann hat man eigentlich Mittelfeld echt genug, also in der Fülle genug. Vielleicht natürlich ein paar mehr Mittelfeldsspieler, die auch einen offensiveren Touch haben. Dass er eigentlich mehr oder minder fast nur Milliot und guten Eckloff noch oder einen Führer nach hinten reinzieht. Das war schon einige Optionen auf dieser 8er-Position dann vielleicht. Aber wie gesagt, bei der Ablöse kann man, glaube ich, echt nicht viel falsch machen. Und was man so hört, was mir auch viele Leute geschrieben haben, ich habe ja auch wenig Ahnung von dem. So kann man ja auch nur YouTube-Scouting-Videos angucken, das war es dann. Aber was mir viele so geschrieben haben, was auch online immer wieder dasteht, Riesentalent. Also da 2 Millionen, kann man, glaube ich, echt nicht viel falsch machen. Mal gucken, ob da noch was passiert bis zum Deadline-Day. RB Leipzig. Für uns geht es morgen zum aktuell, würde ich schon echt sagen, mit bestem Team der Liga. Klar, keiner feiert Leipzig, glaube ich, das brauchen wir nicht mehr weiter anzusprechen. Aber sportlich sind sie halt wirklich gerade mit die Besten in der Liga. Vielleicht sogar das beste Team in der Liga. Klar, Wolfsburg hat auch formstark, aber man muss ja auch die Tabelle irgendwo mit reinrechnen. Und dann, ja, ist es halt Leipzig gerade. Weil die haben gegen die Bayern so gespielt, dass sie eigentlich fast näher am Sieg waren. Dann haben Schalke jetzt 6-1 auswärts geschlagen. Aktuell dritter in der Bundesliga. Ja, ein Kunko fällt aus. Das wissen wir ja. Auch ein Sima-Kan und Diallo stehen bei Transfellmarkt.de drin. Alles angeschlagen, verletzt. Weiß nicht, ob die können oder nicht. Aber ist einfach ein starker Kader. Das ist ein brutal starker Kader. Breit aufgestellter Kader. Auch natürlich mit VfB-Eigengewächs-Thema-Werner. Da er ja auch ziemlich sicher seine Spielminuten kriegen könnte in dem Spiel. Insgesamt gegen Leipzig auch eine horrende Bilanz. Horrende Bilanz. 0 Siege, 2 Unschieden, 7 Niederlagen. Das kann es ja komplett knicken, die Nummer. Auswärts bisher dort auch alles verloren. Mal höher und mal tiefer, mal normaler, wie auch immer. Eigentlich ist klar, was in Leipzig Sache ist. Labeli hat auch gesagt, Meisterschaftsanwärter, gutes Pressing, vielseitiges Team. Können gut umschalten, haben gute Standards. Also ja, wie gesagt, eigentlich ist klar, was da passiert. Aufstellungen. Und dann wird es halt noch geiler, wenn man sich die PK-Meldungen zum Kader anschaut. Sosa und Zagadou fallen aus. Ist ja nichts Neues. Silas, der ausgewechselt wurde, hat Einblutung im Schienbein, die ein bisschen schlimmer ist, als man sich quasi erhofft hat, sage ich mal. Das heißt, der fällt aus. Tomasz fällt aus wegen einem Einriss in der Bauchmuskulatur. Und der hat auch schon eine Zeitangabe bekommen. Er fällt mindestens drei Wochen aus. Koulibaly aktuell auch raus mit Fieber und Krippalen im Effekt. Ito hat Wadenprobleme, steht damit ein bisschen auf der Kippe fürs Spiel. Und hinter Mafropanos ist auch noch ein Fragezeichen. Dazu ist ja Ahamada mit Gelb-Rot raus. Und da fehlt halt wirklich, klar, nicht alle spielen davon immer Stamm, aber an und für sich fehlt da wieder eine halbe Startelf. Das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Hier kann man eigentlich nur falsch liegen mit dem Startelf-Tipp, egal was ich hier mache. Ich habe hier wirklich mal jeden ersetzt, der halt mindestens fraglich fürs Spiel ist. Also es könnte natürlich sein, dass Mafropanos dann doch kann. Bei ihm zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass der Krieger da quasi durchzieht und trotzdem Startelf spielt. Aber ich habe da wirklich mal alle weggemacht, die gerade so genannt wurden und ersetzt, um auch mal das Ausmaß zu zeigen, was wir da für ein wilder Elf auf den Platz schicken, gerade defensiv. Wird safe eh anders aussehen, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich sehe gerade, wenn wirklich alle ausfallen, Müller, hinten links der Nahteil, bei Anton Stenzel und ein Wagnoman, davor Karasso, Endo, Mio und vorne dann Perea, Führig und Gerasi. Will der Startelf-Mann. Prognose, es ist eigentlich wirklich alles angerichtet für Niederlage, muss man ja sagen. Muss ja auch keine Klatsche sein, aber ich sehe hier wirklich wenig bis keine Chance auf Punkte. Bei dem Kader und bei der Stärke von Leipzig haben wir Felix Zweier auch den nächsten Superschiri angesetzt bekommen. Mal gucken, was das so wird. Statistik, wie gesagt, spricht komplett gegen uns. Und ich habe auch mal aus Spaß in meine Insta-Story was reingemacht. Wie gesagt, gerne Instagram folgen. Ihr bekommt alles noch viel schneller mit in den Storys als hier in den Videos. Ist ja auch ganz klar. Sollte das Regelwerk aus dem Artikel noch Stimme noch aktuell sein, dann gibt es ein 2 zu 0 Sieg für Leipzig und Ordnungsgeld für uns, wenn wir einfach nicht antreten würden. Und das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Also die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht gering, dass wir da mehr als 2 zu 0 verlieren. Ich hoffe mal nicht, aber es kann natürlich alles passieren. Deswegen wäre der Spaß eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ernst gemeint sehe ich hier wirklich nichts in Leipzig. Muss ich tatsächlich sagen. Das Einzige, wie ich mich immer ein bisschen auf sowas einschwören kann, ein bisschen hypen kann auf das Spiel, ein bisschen Lust darauf kriegen kann, vielleicht auch so ein bisschen galgenhumormäßig Lust darauf kriegen kann, ist eben nach dem Motto jetzt erst recht. So komm, scheiß drauf. Da rennt es mal eine komplette B- oder C-Elf rum. Aber komm, wie witzig wäre es denn, gerade mit dem Kader in Leipzig was zu holen? Oder stell dir mal vor, du holst jetzt gerade mit dem Kader bei dem starken Leipzig aus für seinen ersten Sieg seit einem Jahr. Wie witzig wäre das? So kann ich mich so ein bisschen darauf einschwören. Der Glaube ist aber nicht so wirklich darauf da. Ich glaube aber auch nicht, dass wir uns abschlachten lassen. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Wäre auch für das Torverhältnis wichtig. Tippe auf ein 2 zu 0 für RB Leipzig. Natürlich, wie immer auch, abstimmen im Community-Tab. Und wie immer, hier noch der gesamte Spieltag getippt. Und wir sind natürlich auch, ganz klare Geschichte, ich sage es trotzdem, morgen live beim Spiel dabei. Match Reaction Livestream hier auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.